Ja, halt doch als Gekro! Schatz, ich springe da gleich was mit. Ah, warum? Weil ich dich über alles liebe. Erstmal quickstacken. Genau, es tuttet erstmal unsere ganze Bewohnerschaft. Oh, Alter! Ah, es ist überfordert. Oh, nein, nein, so viel Spaß. Ich höre niemals sterben. Es geht dann nach. Nein, 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 nein Du bist so ein schlüpfriger kleiner Wurm, gell? Alter! Du bist so ein kleines Wurm! Was ist mit dir los? Ich denke, ich habe ein Bild zu dir. Oh. Louis! Was? Louis? Hey shit, you look like Louis! Francis! Do I look like you? Francis! Nein! Ich werde nicht sterben. Nicht jetzt! Sei Gott doch alle Würmer seinen des Imperiums schicken, aber ich werde nicht sterben. Gut. Da! Da! Ich habe gewonnen! Ich habe ein Feuer mitpasst. ich war klar ich bin ich von einem anderen älter das ist nicht gut abwärts ist und bei einem anderen Weltkürt bei der Anruf das geschieht gar nicht mehr das erste in der sich in der städte die wandel Oh, ey, ich liebe dich, du irres Stück, ey. Boah, ich hatte noch was für dich. Oh ja, was denn? Was sag ich jetzt damit? Einsortieren. Warum gibst du mir jetzt deinen Legendary Knight? Oh. Schade. Was? Warte, 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 ich hab mir noch was. So, ich bin voll. Jetzt nicht mehr, ich bin leer. Du magst doch unsere Zuschauer und zeigen unsere Kisten zur Zeit auch. Ich bin voll. Jedenfalls. Ah, die ganzen Holzstufen kannst du mir doch nochmal wiedergeben. Da. Weiter. Wie weiter darfst du das mal jetzt? Okay, du kriegst einen Teil von 50%. Na, ich wollte jetzt oben die Dinger weiterziehen. Na, da. So. Na, da ist einfach 50% hin. Ach so. Ja, was. Das ist ja Sonntag, da denkt man nicht so viel. Immer wieder Sonntag. La, 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 la. Hallo. Immer wieder Sonntags, fick ich, mein Schatz. Jo, oh, oh, oh. Stimmt ja gar nicht. Ja, weiß ich. Leider. 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 Wee. Weeeee. Wee. die 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 der wahl und schweiz Spannung Pfff, was soll das sein? Muss doch irgendwo was sein! Nee, nix. Schatzi. Vielleicht. Was? Willst du Plattform? Ja, jetzt! Ist ja okay, ey. Nein, gut, ist okay, ich mach schon was. Mach ich doch gerade für dich. Komm hoch. Und trotzdem hoch. Bin ich doch! Das kommt gleich wieder. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. So Leute, wieder mal sind wir allein. Allein, 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 allein. Boing. So, geh mal weg. Ah, ja, ja. So. Mal Sparschwein hier. Mal die Trankkiste. Ich brauch noch mal Tränke hier. Hallo Michael. Unbekannte Stimmen drängen hervor. Oh, ja. Das wird gleich, das wird gleich lustig, Leute. Das wird gleich lustig. Oh, ja. Geil. Das wird gleich mega lustig. Bald Lisa wiederkommt. Geht die Post ab. Hey. Schatz, geh ab. Sie mezzelt die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Oh Mann ey. Au. Oh fuck. Mal heilen hier. Wir haben ja den. Nein. Nein. Schatz, ich muss dir leider was berichten, was dich nicht freuen wird. Was? Du bist schwul. Boah ey, das wird bis jetzt dich schon freuen, siehste. Nein. Nein. Die Lina kam rein und hat, äh, zu mir gesagt, äh, ich liebe dich mein Schatz. Gleich wieder da. So. Hehehe. 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 Das ist dieser elende kleine Wichs. Hure Wichs. Ich hab's sogar auf Band. Ja, also ich lüg dich nicht an. Das hat jeder gehört. Jeder, der sich dieses Video guckt, wird das auch hören. Kleine beschiffene Schwester. Ich liebe dich. Was ist so? Ja, ich bin wasch essen mit Mamra. Ja, ich bin wasch essen mit Mamra. Halt die Klappe! Hehehe. Blebleblebleblebleblebleblebleble. Ja. Oh ne, da wär jetzt Festmaterial mitgekommen. Ach was weiß ich lieber. Bleig! Hehehe, ist voll ins Mikro kotzen erst mal. Hey, Schatz, geht ab. Sie metzelt Lina die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ja, ich hab gesagt, du knuddelst sie dann nicht, wenn du Freitag hier bist. Ich dachte, das wäre auch so schon klar. Ja, hoffe ich. Wenn ich knuddel, ich dich nicht mehr. Boah, würdest du selber gar nicht aushalten. Ja, deswegen, ja. Ich hab' sie dir mit meiner kleinen Nachwuchs-Fester zu knuddel. Das willst du doch nicht. Warum sollte ich sie knuddeln wollen, hallo? Tja, da war ich. Wer weiß, was ich sonst nur mit dir mache. Ganz hab von hinten genommen, ganz am Tag, wo sie in der Star war. Oh, das sagst du ganz plötzlich, die Zwerge. Warum? 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 und die er mein Schwein mein Anus ruft dann gegen Haken Boah. Nimmt auch, wenn er schon ruft. Steve, Steve, ich will raus, ich will raus. Okay. Na, er ruft doch. Alles so blöd, du musst hier auf den Job schießen. Mach ich doch gar nicht. Nein. Ich würde sowas nie tun. Nein. 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 Da, 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 da. Willkommen zu Hause. Du bist so kacke. Ah. Aaaaaaahhh Ja Eh Aaaaah hr ich hab's jetzt auch geschafft. Ich weiß. Ja, ich hab ein bisschen eine. Ja und, ich lieb auch deine Muschi. Ich hab ne größere. Ich lieb alles an dir. Nee, noch nix. Nee, ha ha ha. Na oben ist ein Blancholade. Oh, ich hab's gewonnen. Ja, wof. Ja, wof. Ja, wof. Oh. Aaaaaaah. Ach. Stich mir. G1 G2 G3 complet. .. G1 G2 G1 D2 ... Bist du blöd? Bist du ein bisschen blöd? Genau damit ich dich brauche, bist du weg! Mann, ich komm ja wieder! Dann noch ein bisschen Eier, ich bin fast tot! Soll ich auf dich warten? Nein! Mach dir doch ein bisschen Eier! Dann mach ich ja! Ja, mach schnell mal Eier! Soll ich die ganze Zeit mit dem Blumen ran gemarscht? Na komm, ich bin fast tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Jetzt, wo ich dich brauche, bist du nicht da! Ich kann doch gar nicht unten bleiben! Nein! Komm, mach lieber Muschi hier! Tut mir leid, hab schon eine, brauche nicht noch eine! Komm jetzt noch! Ich hab sogar schon zwei, ich brauche nicht noch mehr drin! Hm! Hey, da kam ein Sperma und hat gegen den Schwamm geschwommen! Schatz, mach doch schon! Arsch, mach ich das! Tot! Ja, komm! Oh, nein, nein, nein! Wirf sie noch Fleisch! Bitch! Wie? Wie? Kannst du nicht, gell? Wie? Ja! Ja, ich war es! Gut so! Ja! Was? 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 Nix! Neue forests! Se Чтобы auch eine Überraschung wie dazu! keynote ich 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 die die 3 9 Nein! Ich sehe gerade noch so schnell wie mir geschmeckt Am Arsch! Was denn? Ich will gerade runterkommen und schon mitsammeln, aber okay, sammeln allein Ich wollte noch nicht mal sammeln gehen, ich bin vor dem Vieh geflohen Bis auf einmal Boah Hier steht ein höchste Stad Ah, Qualle. Raha. Okay, da ist der Start. Wir müssen mal links mitnehmen. Na, ist so. Wie? Ne, meteorit. So rum. Kommt hier rein. Also bei Adamantiz sollten wir keine Probleme haben, das zu finden. Oh, da ist noch mehr, guck's dir an. Oh, Alter. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Alter. Das geht mir jetzt hier ab, hallo? Ah. Ah. Ich bin gleich tot. Ja genau, warum frisst du jetzt Pilz, du Wichser, ey. Boah, du hässlicher Terraria-Puppe. Ich muss jetzt den Pilz essen. Schubst du mich halt in die Lava, du Fichsvieh. Okay, ich bin eigentlich reingelaufen, aber trotzdem. Boah, Alter. 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 Super leise, Gott. Ich mache mir meine Mandarine oder Apessina oder keine Ahnung, was das sein soll. Ach so, okay. Verstanden. Ja. Wie lange? Geh davon noch. Jetzt hab mal Geduld hier. Ich hab keine Geduld. Wie lange? Geh davon noch. Ein bisschen. Ein bisschen. Na so ein bisschen. Die Minutenzahl. Hm. Dreißig. Äh, kasselig. Ich meine drei. Was? Stunden, Minuten, Sekunden. Tage. Du wolltest eine Minutenzahl, ich hab dir eine Zahl genannt. Das ist doch ganz so hoch berechnet, oder? Jetzt einmal Frauenfreund. 180 Sekunden. Und die hat es in Millisekundenanzahl? Haha, drei. Möller. Nee, meine Mutter nicht. Die kannte das nicht. Ich nicht? Nee. Ich dachte, darauf wäre es geschloss gewesen. Die müssen die auch auf Himmel anzuhören. Da hat sie bestimmt keine Zeit zum Reschen. Oh, nein, ey. Oh, nein, ey. Die Sekundenzahl, immer noch. Ja. Sekundenzahl, los. Boah, 420 Milliarden. Stimmt gar nicht. Ja, und? Das wissen die Zuchler doch nicht. Ja, die resten sind am Ende aus. Ja, die sind es viel zu vorderlich. Die sind lieber... Oh, goldene Kiste. Aha. Ja, ich dachte, du kommst mal mit. Ich bin ja jetzt auf dem Weg, Mann. Töne doch mal ein bisschen, Digga. Boah. Ich bin ja jetzt auf dem Weg, Mann. Tschüssi, Schatz. Da war kein Loch, also. Ich muss mich nicht. Da war kein Loch, tut mir leid. Aber weiter oben, Mann, oder? Na klar, wieso nicht dann ins die reingekommen? Ja, reingelaufen und ein Loch wieder zugemacht. Ja, genau, weil ich auch ein Löcher wieder zugemacht. Ja, das ist ein Loch, ich bin ja nicht. Mach so weit runter, schenk ich den Goldfisch. Fohnt sich die Ratten drüber. Doch gar nicht. Nein, stimmt doch gar. Haha Shhh Ruff Oh auf mich pass auf dass du nicht stirbst da viel Alamantita und die Klammer ist ganz viel Mythril Hammer! Was isst'n? Mandarine immer noch! Die sagen können, dass sie so als Beilspeise waren oder so. Oh, jetzt sind wir in der Hölle. Guck mal, wie ein Mikrofon... Guck mal, Hammer! Puh, fisch dich von mir! Aha! Ah! 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 Alter! Was soll wenn du runterfällst? Ja, das ist Sparta! So, alles tot! Nein, klar! Nein! Ja, das tot! Alles meinte ich eigentlich nicht. Eins lauf schon mal nach links. Ich bin mit dir, komm! Und warte! Alter! Ein geiler Fang hier, ey! Ach! Ach! Ah, so künstlicher Fang ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Ich habe noch ein bisschen geradig. Ja, ich weiß, dass der letzte Part, den wir jetzt hier aufnehmen, also werden wir wahrscheinlich gar nichts mehr nach... die das ist falsch schlamp zu verfehlen Nöööööööööö, ne, ne, na, ha, ha! Oho! Ich weiß, wo du hier drin bist. Ich weiß, wo du hier drin bist. Oho! 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 Ich hab' gefunden! Boah! Alter! Nimmst du das hier und dann nehm ich das links. Ah, rechts. Das ist der Kleines Größere. Da drüben ist weniger, dass die mich damit schneller fertig bin. die die hessischen Schledermeister habt ihr es jetzt? Nein Schau Lass mir ein Platz sehen, aber Ich geh rechts, die müssen noch rein holen Ja genau, wie viel es auf einmal gewahrt Ich hab was gefunden Ach, jetzt ist es auch wieder, wie lange wird der Fahrt noch? 20 Minuten Ist halt der letzte Part, den wir überhaupt aufnehmen Ich schlage vor den letzten Part, machen wir noch 15 Minuten Boah, ja genau Ja stimmt doch, den ganzen Helms jetzt kommt Ich hab's eigentlich noch relativ gut Ja gut, dann wenn nicht häng ich den einfach an den anderen Part ran, dann ist es ein langer Part für den letzten Part ganz normal und dann ist es gut Ja definitiv Ja definitiv Das stimmt, ja Komm, ist ja grad so ein Pilzding Kann ich doch auch klein noch verpissen Nein Meinst du, das lohnt sich noch? Stimmt Alles was wir jetzt grad machen, ist eigentlich nur Selbstvertreib Eigentlich ja Wie magst du, das kann ich jetzt schon mal mit den Schlussworten anfangen? Mach das Tschüss Norbert Boah Nein, so Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für diese wundervolle erste Season Ich hoffe es hat euch bis hierhin erstmal gefallen Ich freu mich jetzt wie Wie Oh man Ich freu mich jetzt ganz, ganz Ganz doll auf Season 2 Besonders was das Update alles mit sich bringt Da bin ich auch super gespannt Es hat sich, es wird sich sehr, sehr, sehr viel ändern Also es lohnt sich auf jeden Fall Season 2 einzuschalten So da werden wir noch länger noch beschäftigt sein, weil wir ja dann Ähm Ordentlich, ordentlich zu tun haben Ähm Ja Wünsche Äußerungen Änderungen Kritik Alles ist, äh Freuen wir uns drüber, wenn ihr es in den Kommentaren halt hinterlassen würdet Ja 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 Und Ja Danke nochmal fürs Gucken Und Ja Jetzt über das ich das letzte Wort der lieben Lisa Ebenso Boah Du hast gesagt das letzte Wort Ja Ja die letzten Worte Ebenso Ebenso Bis dann Nicht bis dann Jetzt komm ich jetzt nochmal Ja Aber es war schon großartig Oh Nichts Season Ferties Boah Okay Hört da rein, ihr Penner Eheh Wolk hohrmann die geschickt liebes so dass es aber die Bomben eine Ahnung ich soll schon großartig sagen sie sind zwei jahren und wieder fertig das gleich so leute so ja sagen zeit für chaos sie es war alles kaputt aufs auf 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 in der stelle die er auf 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 dr auch mal ein Satz ja um ich mache mir jetzt mal haben wir uns wollen ja noch wenigen aber noch Weil ich will morgen die Zeit mit dir einfach genießen und das ohne dass es irgendwie muttern oder so nervt Und außerdem... Was wirst du genießen? Na, morgen die Zeit mit dir. Auch heute, aber ähm... Ähm, ähm, heute geht's halt hauptsächlich darum, äh, dass Mutti... Ähm, was ich halt heute noch wüsste für die Mutti da bin, die ja die Woche nicht da ist. Alter! Boom, boom, boom! Oh, so schönes Haus! Ich kann ja trotzdem... Schau mir das Chaos danach irgendwann an. Und, äh... Ach, das kannst du alles in der Aufnahme sehen. Also Leute, bis Season 2 haut da rein! Waaah, 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 waaah!